ja und mit diesem textfeld wünsche ich euch auch einen wunderschönen guten tag hierzu ein let's look let's testen ich weiß noch nicht zu red bull airways the game ein spiel was sich in der closed beta befindet bei mich hab doch eigentlich das nach auf deutsch umgestellt gut deutsch gibt es noch nicht ok ja wie gesagt ich würde sagen wir benutzen das hier und wir müssen jetzt ein flugzeug kaufen wir können nur das hier kaufen also wie gesagt das hier ist es ist ein spiel was in der closed beta ist in einer geschlossenen beta version und es ist von den gleichen entwicklern die zum bleistift das liebe nette spiel project cars entwickelt haben ja ich will mal gucken wie das so ankommt wie es ist und hier werden verschiedene event typen erscheinen als erstes lass uns unser neues flugzeug in einem rennen gegen andere spieler antreten gegen andere spieler ein versus event man muss sagen ich spiele mit controller und ich bin zumindest was das angeht ich frage mich ob das jetzt überhaupt geht es wäre geil es wäre geil es wäre geil es wäre geil ein einziger hat bisher gespielt dann würde ich sagen machen wir ein bisschen soloplay und es gibt schon vier strecken anscheinend ach das ist nur ein platzhalter gut ja wie gesagt das ist jetzt hier äh noch hundertlos beta wird noch viel mehr hinzukommen das ist also abu dhabi es sieht schon geil aus muss ich sagen wie kann ich denn das ist hier mal auch eine geile sicht ja oh oh wow wie gesagt ich bin noch ein totaler noob wie man vielleicht so überhaupt nicht merken dürfte ich muss die störung mal wieder umstellen ich muss die störung mal wieder umstellen super lach ah auch zu tief geflogen aber das macht spaß Jetzt war ich zu hoch ist klar und es ist topset im spiel Belgien gegen Schweden Oh Fatsch, voll durch, hoppala Ja wie gesagt ich brauch da definitiv noch mehr Übung Aber das stimmt an sich macht Mordslaune Das war's schon Alter Ich glaube wir wollen uns das Replay lieber nicht angucken So, wir können es ja mal versuchen Es ist auch bei Italien fertig Ready to race Ich konnte doch grad ready to race anklicken Ich weiß nicht ob er damals was finden wird Achso ja Ich würde mal sagen wir fliegen über dem red bull ring Die Strecke kenn ich wenigstens halbwegs Na gut was ist die Strecke kenn ich Es ist ein Flug Sooo und los geht's Was Sooo gooo Gooo Jetzt bin ich ein Jetzt bin ich ein Wie gesagt das spiel ist schwer Aber es macht verdammt Laune Oh nein Oh oh Hat geklappt Das ist auch mal geil Äh was Sooo Und es geht wieder weiter Und es geht weiter Hoppala Incorrect Was? Vor allem Vor allem Ich hab noch so gar nicht auf die Dings achten können Awesome gate pass Oh das ist echt zu niedrig Hätte ich jetzt gedacht Ich bin immer kurz davor Die Besten Dinger abzuschießen Ne 160 14 Sekunden Strafzeit Ne knappe Minute drüber Ich würd sagen da gucken wir uns mal das Replay an Ah Uh Ist ja geil Alter Sieht das hagelig aus Aber es macht Spaß Vor allem Ich bin mal gespannt wo das noch hinführen wird Muss ich jetzt ehrlich sagen Muss ich jetzt ehrlich sagen Da bin ich auch mal gespannt drauf Ohne scheiße ich bin gespannt wie ein Flitzenbogen Wie gesagt Mir macht es Spaß Ich hoffe das auch nicht anzuschauen Und es ist halt von den Entwicklern von Auch einer meiner Lieblingssimulationen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Kann ich schnell darauf machen Das muss ich mal gleich gucken Ja genau Ja genau Weil die doppelten Die 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 Äh Die 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 muss wegen dem 90 Grad Winkel durchfliegen Das war auch wieder perfekt Ich muss sagen, diese Sicht ist eigentlich sogar relativ geil dafür Was sagt ihr denn zu dem Spiel? Oder würdet ihr euch sowas kaufen? Also ich muss ehrlich sagen, mir macht das so einen Spaß Ich glaube, das setze ich tatsächlich mal auf meine To-Do-List Vor allem wenn die Performance so bleibt Also ich habe ja mittlerweile einen relativ anständigen PC Gerade 130 FPS Auch wenn ihr davon jetzt wahrscheinlich nichts merken werdet Weil spätestens beim Rennen geht das dann auf die 30 FPS wieder runter Oh, verdammt Schön das Ding abgeschnürt Oh, oh Oh, das Das ist auch nicht gut Ich bin 216 Das klingt besser So 85% kann man das auch Oh, was ist das? 250% kann man das reparieren? Geil! Ähm Ihr könnt ja auch mal Englisch 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 immer noch Deutsch Geht aber nach wie vor nicht Äh Flamemodell Könnten wir auch mal äh Casual Casual propagieren Aber Ich gehöre mich langsam hier ran Und Was haben wir noch nicht? Budapest Achso, ich wollte ja noch was gucken Von wegen äh Smoke violation Smoke Genau Ah, die Pet ab Okay Dann Würde ich mal sagen Fliegen wir noch in Budapest Diesmal dann mit Rauch Und Ja Dann lade ich das Ding hoch Und Mal schauen wie es ankommt Ja Budapest ist ja größtenteils Genau So Rauchern wir an Und Es geht als erstes mal unter der Brücke durch Hupala Too low und Oh Too low und abgeschnitten Ja, da war ich Ah, da war ich wieder zu tief Ja Und das mit dem Rauch hat zum Beispiel auch die Da war ich wieder zu tief Hat halt auch zum Beispiel Beweis Achso, da lang geht's Ähm Okay Oh oh Quatsch Kann Kann man hier jetzt? Ne Ich wollte mal gucken ob man neu starten kann Also ich glaube wir machen danach nochmal eine Runde mit Smoke auf Spielberg Gucken wir uns dann nochmal das ganze Replay an Wieder zu laufen Also Wie gesagt Äh Spielberg war so das was ich bisher am besten hinbekommen hab Da war ich jetzt zweimal dran Das hier zum Beispiel kenne ich kannte ich noch gar nicht Oh oh Too low war klar Und Level N Auch kein Level N, correct? Achso Das war das Ziel Ich glaube da waren wir lieber mal zum Hungards Return Also wie gesagt jetzt noch einmal ähm Spielberg Und Genau jetzt mal im Regen Ah Im Regen Mit Rauch Da bin ich mal gespannt drauf Da bin ich mal gespannt drauf Okay Rauch ist an Aha Deshalb kann man auch ausschalten So und los geht's Na da war ich wieder zu tief Was? Da bin ich zu hoch Äh Ja Upala Da geht's lang Okay Dutch Na gut Nochmal Nochmal Verdammt Da war ich wieder Gate Mist Aha Also ich glaube mehr Scheiße kann ich gerade nicht bauen Hälter Das hat mich gerade mega nach rechts getrückt Achso Ich habe eigentlich irgendeine Kurve ordentlich gekriegt Für irgendeine Pylone Okay 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 aber Regen ist schon was anderes Wieso 160 Also der erste ist Tatsache Im schwersten Flymodel Und die meisten Und die meisten In meiner Wisst du was Das probiere ich jetzt auch mal Straßes halber Einfach nur damit das mal gezeigt wurde Ehh Professional Genau Play Now Clear Jetzt wird's Schlimm So wenn ich jetzt zum Beispiel Casual spielen würde Würde der größtenteils die Linie selber halten Zum Beispiel The smoke ist On Woaw Wuhu! Oh oh! Wow! Ich muss sagen, so an sich macht der Professional Mode mehr Spaß. Das Flugzeug ist präziser zu lenken. Wuhu! Mann! Hä? Okay... Ich weiß nicht, warum ich gerade eben einen Climbing the Gate bei der Schikane bekommen habe. Aber wenn man sich reinfuchst, dann ist es so ungefähr. Verschneiden wir uns sogar besser. Auch wenn ich langsamer war. Wir können uns das mal anschauen. Ah! Jetzt hat er hier zum Beispiel auch ein paar... Dinger gelernt. Das ist ja geil! Okay. Coppit. Bonnet. Verfolger. Einen Kamera. Aha. Tail Camera. Tail Camera. Thread Camera. Aha. Und... Move? Hallo? Ich will die Kamera move. Es sieht doch geil aus. Es sieht doch geil aus. Na das sieht man... Ich finde es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als... Ehhh... Beim ersten... Ja, da... Oh! Na so. Darum hatte ich gerade also das Climbing bekommen. Ich bin wirklich ein bisschen nach oben geflogen gewesen. Huiiii! Aber schade, dass man den Rauch da nicht sieht. Ah, bei den Neufiltern tut man es. Oder? Ist da man da... Ist man da jetzt dann den Rauch? Mal schauen. Nö. Was war da eigentlich? So... Vorzurückspulen geht nicht. Vorzurückspulen geht nicht. Ich würde mal sagen, wir kehren zum Hangar zurück. Ja und ich würde sagen... Wir sehen uns dann... Wenn ich mich... Wenn ich ein bisschen mehr trainiert habe. Und äh... Vielleicht auch schon ein anderes Flugzeug habe. Bis dahin würde ich sagen... I'm out. Ja. Ja. Ja.